es ist ein uhr 28 fast 29 wir sagen euch jetzt aber nicht ob am nachmittag oder in der nacht in der nacht und wir spielen portal 2 ich bin kroll per 100 der mit der zahlen dran und vor mir steht der stinker der sich fast in die hosen pusht in der nacht alltag bin alter mann um ein uhr schlafe ich jetzt toll jetzt hast du quasi revealed dass wir hier unter tag stehen und uns beim zocken aufnehmen pussyzeit sozusagen okay also es ist nicht ganz mitten in der nacht aber es reicht oh mein gott du hier drüben ist ja auch eine sprungplattform warum sagst du nischt habe ich vorhin erwähnt was bringt uns die ich wohl ich hab's vergessen der mit wer den letzten paar nicht gesehen hat merkt dass wir an dem rätsel fehlen wir wissen dass wir mit dem würfel hier durch diese wand bis hin zu durch dieser wand gegen den kleinen laserpunkt zielen müssen aber wir wissen noch nicht so genau wie wir unabhängig voneinander das zeug aufbauen was wird das ist der bisher fertig ist er fertig bist du jetzt fertig mit spielen man kommt hier rüber man kann hier von links und dann kann man nach rechts man kann quasi ich glaube ich habe eine idee ja mach mir ne ich habe überhaupt keine idee kruzzenesen warte mal doch ich glaube ich muss erst mal wieder da ich glaube ich habe doch eine idee das experiment kann beginnen wo muss ich hin zu dir du musst ich bin jetzt bei dir bist bei mir pass mal auf hier unten da kann man jetzt nicht durch gucken aber hier da vorne ist da siehst du das ist das nicht eine weiße wand ja das kalt mal richtig ich zeig dir jetzt mal was ich zeig dir jetzt mal was jetzt passen sie mal auf wie ich mich alleine nur mit meinen portals rüber begebe auf die andere seite das wird für immer die art und weise wie wir spielen verändern siehst du das ja und was bringt das jetzt da drüben das muss doch irgendwie deswegen sage ich ja musst du dort unten stehen dort und musst mir das was ich gerade mit meinen portals gemacht habe mit deinen portals machen damit ich dort drüben nämlich an der wand das eine portal aufmachen kann und hier das nächste sobald ich drüben bin verstehst du und dann musst du aber wieder da hochkommen irgendwie schaffe ich schon meinst du alleine kommst du da hoch du müsstest ja theoretisch genau dasselbe machen können wie ich gerade du kannst dich ja so lange in deine eigenen laser immer wieder rein schießen mit portals bist du da oben bist oder das kann doch nicht sein das ist doch wieder so einfach und wir kommen einfach nicht drauf naja dann ist hier mal fail time angesagt kann ja auch nicht schaden so wir müssen mal jetzt hier erstmal hier ein portal knallen so habe ich gesagt ein portal knallen du willst ein portal knallen ist ja nein richtig so junger mann du hast es genau richtig gemacht so das heißt du musst ja da sowieso erstmal wieder weg aber ich muss hier im moment ob ich oder alternativ warte mal kannst du ja mal ein portal hinknallen zack genau dann gehst du da runter und kommst mit dem spring ding hier rüber okay wenn ich das dahin mache schaffst du es dann auch schafft er es schafft er es schafft es nicht da musst du wahrscheinlich trotzdem erst wieder nee das geht ja nicht vielleicht musst du das dahinten aufmachen dass mich der strahl quasi hier rüber trägt und ich dann habe ich kann nicht das weil ja unten ist ja das blaue ich kann ja nur zwei machen wenn ich das jetzt da hinten hin bitte ich muss jetzt erst mal wieder darüber das ist natürlich scheiße mach es noch mal zu okay so jetzt machst du es noch mal auf das hat trotzdem zu niedrig du hast recht ja du ich mein gut du kannst es ja theoretisch höher ansetzen ne höher geht nicht ach stimmt nur ein dreck die haben an alles gedacht die haben ja die haben echt die wollen uns fertig machen psychisch okay lord ey alter ähm du ist jetzt gerade die lösung eingefallen mal hier unten in den tunnel rein oh mein gott nee jetzt oder okay so ganz flawless war es jetzt noch nicht du musst das tor ein stück höher jetzt was schon da drüben ist alles auf sehr gut deine törchen müssen bleiben korrekt das richtig irgendwie ja das was du vorhin gesagt hast ja genau genauso machen wir das und nicht anders aber mit so du gehst wieder rüber genau du musst es mit deinen tonen ach das wird ja ein spaß ich freue mich jetzt schon ach so auf das ding ja stinker macht das schon ja 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 ich freue mich auch alter schwede wie doof kann man eigentlich sein ich habe keine ahnung es geht aber immer dömer so immer schön im rechten winkel sieht aus wie dein russ funktioniert zippidi zippidi zipptipp zippidi zipptipp zippidi zipptipp zippidi zipptipp ladies und gentlemen wir haben's hin was ist denn das für eine geile oh mein gott oh mein gott wie ich die pirouette mach alter und geschossen hab am schloss duuut was war das für ein holy shit für den habe ich monatelang geübt alter das war ja eine schwere geburt leck mich fett yeah kann ich ja auch ii 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 geh weg alter man ii geh der kleine pädobär ich sehe wirklich aus wie ein bär dank meines wohlgeformten buddies ok red lieber nicht weiter bestimmt ein paar pns demnächst hast du diesmal wirklich auch mal gestoppt muss ich nicht wieder auf die uhr gucken ich guck mal ein Moment ich guck mal ich habe es vergessen meine die zeit läuft und wir haben noch sechs wundervolle minuten hier in diesem park die kannst du noch in vollen zügen genießen und nicht nur du sondern auch du also du also du genau du genau du passt auf ich habe eine idee ja 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 ok hm macht Sinn ok ja ah mit dem ding tauschen äh kehren wir um das hasse ich ja noch mehr passen sie auf passen sie auf passen sie auf ich muss jetzt äh ich muss jetzt äh ich muss jetzt äh ah ne warte mal warum ist hier eigentlich ach ne das ist bloß die tür ok ah ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's geh zu dem schalter ach wie wo der rote der red knopf der red knopf ich hab's ich nein 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 ah doch warte mal kehre nochmal umkehren oh nein du musst noch umkehren du hins was will der von mir äh und jetzt nicht mehr umkehren geh runter vom knopf man nicht mehr umkehren achso jetzt nicht nicht mehr umkehren heißt jetzt kehrs nicht mehr um lass es so wie es ist so Achtung nein wiu wiu nein wiu 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 und jetzt ah man kann ja nicht durch ach ne wir müssen da den würfel nachher rein drücken wenn der raus kommt wo kommt denn der würfel raus da oben aus dem ding ich muss doch erst da rüber du older na dann spring mal nuff genau So, jetzt geh ich da rüber, lass den Knopf raus, äh, den Würfel, ach, der ist schon draußen. Und dann springe ich wieder rein und du lässt mich mit dem Würfel und dann lotsen wir den Würfel gegen die Plattform. Ich glaube, das hier wird relativ schnell gehen. Ich liebe es, etwas zu verschreien. Achtung, ich überlasse den Würfel, dem ewigen Strom. Nein, achso, ruf doch mit rein. So, nein, ich nehme den Würfel nochmal, ich muss hier runter. Okay, und jetzt, ähm, ähm, genau, nicht mehr umkehren. Achso. Sag doch einfach umkehren, dann weiß ich immer den anderen Zustand außer jetzt. Also, weißt du, verstehst du? Ich verstehe meistens nicht, was du von mir willst. Nicht mehr umkehren ist mir zu hoch. Yes! The door is... Nee, nix, yes. Der hängt voll daneben, der Würfel. Alter. Oh mein Gott. Junge! Junge, du musst dich anstrengen ein bisschen, ne? Ronny hätte Bratwurst wieder vergessen. Alles löschen aus der Ronny-Familie. Das geht nicht da, so wie du das treibst. Alter, jetzt geh... Du hast ja gesagt, na, das geht jetzt fix hier. Das waren deine Worte. Ich möchte dich gerne nochmal daran erinnern. Ich wollte dich noch mal sehen. Werde ich? Orange. Oder wer? Hm, ich hab mich hingehört. Keine Ahnung. Du hast gesagt, der Würfel. Dann habe ich's nicht verstanden. Meinst du, wir besiegen dieses Spiel irgendwann mal? Hallo? Äh. Also ohne dich bestimmt. Hast du Portal 1, äh, Portal 2 in der Singleplayer-Kampagne durchgespielt? Sie hab ich. Da waren echt einige... Aber das Spinn ist ja dabei. Wollen wir doch ab. Ich will eigentlich nicht sagen, nee. Ich will eigentlich nicht sagen, nee. So, du musst dich durch den Dings fliegen lassen. Und ich werde dich tragen. Ach, das ist das. Nein, ich werde dich nicht tragen. Mach mal da vorne hier. Loch. Und an der Seite da auch. Irgendwo an der Seite rechts von dir wird da auch was sein, ne? Yes. Holy Jesus. Oh. Hier ist ein Spiekse. Spiekse? Was? Ist das Ding gerade runtergekommen? Oh, hier sind Spiekse. Oh, hier sind Spiekse. Gib's zu. Ja, sucht. Nicht mit mir. Nicht mit dem Commander, Jürgen. Oh, mal. Tja, ähm. Hau du wie du. Ach, warte. Oh, die anderen. Komm, ja, warte. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay, du gehst. Alles klar. Mach dich nur wichtig. Und, äh. Genau, genau. Und rüberspringen. Rüberspringen aus dem Strafer. Musstest du das so nahe? Scheine, deutlich doch. Du wolltest jetzt... Oh, komm, ich bin jetzt. Überraschungseffekten sorgen, oder? Ja, wollte ich nach dem... Was macht's denn aus dem Strahlen? Was machst du? Äh, es geht nicht. Es geht nicht. Huch. Es geht nicht, na klar, es geht nicht. Trottel. Trottel nicht. Hat der Portel oder Trottel gesagt? Tja, das überlassen wir der Interpretation. Portel. So, was musst du da drüben anstellen? Ich muss ja jetzt hier hoch irgendwie rum. Ja. Ja. Orange kann't hear you. Orange did what? Are you sure? Achso, warte mal. Äh, bringt dir nichts. Raus da, raus da, raus da. Weil... Warum... Da ist... Also... Aber da ist doch... Da testest du doch und... Müsstest du doch. Hier, guck mal da. Hier so, da so. Da ist doch hier die blaue Wand. Alter, du musst für mich das Tor schießen, Alter. Correctamente. Ups. Jetzt hängt hier irgendwas... Alter, lag-Word. Das war ein kleiner Lag. Bist du noch da? Kannst du mich noch sehen, hören, schreiben? Ich kann nicht noch... Aber ich kann da irgendwie... Warum kann ich hier nichts... Äh? Warum kann ich hier nichts rüber schießen? Warte mal. Äh. Dude? Ich komm da nicht rüber. Ich kann da nicht ranzchießen. If you see what I see. Mach mal Tap und so. Kannst du dich nicht noch mal, ähm... Ach. Ich bin da bescheuert. Und jetzt willst du umkehren. Korrekt, das. Aber weißt du, wann ich es umkehre? Ja. Sobald ich von dem mittleren Strahl nach oben getragen werde. Eigentlich morgen erst. Oh mein Gott. Es wird zu spannend. Ja. Du kannst doch die Zuschauer nicht so hängen lassen jetzt. Und mich, vor allen Dingen. Das ist der Mega-Cliff. Dann, dann, dann. Werden wir je wieder vereint sein? Man weiß es nicht. Traurig. Da winke ich. Das war nicht so traurig. Und der Dicke geht einfach weg. Er geht seiner Wege. Sieht gut aus, wie du einfach so hinterm Horizont verschwindest. Ach ja. Also, in diesem Sinne, Part vorbei. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Ansonsten kritischer Kommentar nach unten. Schaut mal auf dem Channel vom Corelp vorbei. Der ist toll. Ich glaube, so die Coden läuft immer noch. Nicht wahr? Ist ja ein Dauer-Let's Play. Lohnt sich wirklich. Und wir sehen uns morgen wieder. Hast du noch ein paar abschließende Worte zu erwähnen? Ich freue mich, dass die letzten Sätze, die du gerade gesprochen hast, die wahrsten waren, die du je verloren hast. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.